Oh, schon wieder leer, Alter. Ich raste aus. Äh, ich seh gar nix. Alter, wo bin ich? Hä? Achso, das fährt runter, Alter. Ich dachte mir grad, beweg ich mich hier? Kann ja gar nicht sein. Okay. Ohne? Komm mal vor. Zeus! Da muss ich hin. Mhm. Interessant. Interessant. Na dann los, ja? Es sieht aus, als wenn ich ein Kleinwüchsiger wäre, Alter. So kommt mir das vor. Als ob ich hier in geduckter Haltung die ganze Zeit renne. Aber natürlich ist es ja nicht so. So. Oh. Okay. Jetzt muss ich hier wieder umsatteln. Warte mal. Äh, nee. Abbruch. Abbruch! Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Aber ich glaub, hier ist nix weiter. Jetzt kommen wieder geile Mucke hier. Geile, traurige Mucke. Was hat er gesagt? Außer Reichweite. Er ging jetzt verloren. Ich drück immer in den falschen Knopf, Alter. Immer. Immer. Okay, 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 okay. Da ist nix weiter. Wo ist der Boss? Waffe runter, Junge. Ich will hier nur durch. Ich will hier nur durch, Freundchen. Ja? Freundchen. Es ist alles okay. Es ist alles okay. Ich auch richtig? Sind da irgendwelche Gegner? Sicher keiner. Okay, ich bin gleich da. Ja, chill mal. Junge, was haben die denn für Klamotten an? Sind das Lederhosen oder was? Das sind ja schon ein bisschen... Ist der gerade weggerannt? Ist der gerade weggerannt? Der muss doch irgendwas geben. Guck mal, er hat irgendwas eingesammelt hier. Dossier. Dossi. Dossi. Dossi, Dossi. Da ist er doch. Den muss ich doch fangen, oder? Äh. Ich renne einfach mal. Da kann man nicht lang. Wo ist der Typ? Wo ist denn da noch einer? Ach, da hinten? Geh mal weg da. Alter, ich komm hier nicht vorbei. Wie Stahl sind die, ne? Wie Stahl, Alter. Klopp. Klopp. Die ist so, kann man das auch machen. So, alle down hier. Junge, ich seh gar nichts, wenn der da mal nachlädt. Mhm, 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 mhm. Okay. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Drohne, Drohne, Drohne. Warte mal, ich hole mal schnell das Zeug hier. Alles neben, Audio-Datei. Noch nicht eine Audio-Datei angehört. Brüder der Blackhand, bringt den Shadow Marshal zur Strecke. Alle anderen, sehen die mich nicht? Stehen frei und kommt uns nicht in die Quere. Drohne. Oh, schon wieder leer, Alter. Ich raste aus. Äh, ich seh gar nichts. Alter, wo bin ich? Hä? Ach so, das fährt runter, Alter. Alter, ich glaub mir grad, beweg ich mich hier? Kann ja gar nicht sein. Er zeigt mir immer an, nachladen, nachladen, nachladen. Jetzt kommt doch schon wieder so ein Container. Einfach mal reingehalten, ne? So schön mal reingehalten, Alter. So, da war noch einer. Gut, fertig. Mucke. Ah ne, nicht fertig. Ich dachte mir grad schon, Mucke ist leiser geworden. Eigentlich müsste ich ja dann, ähm, eigentlich so fertig geworden sein, ne? Ist hier noch irgendwas? Gut, wo muss ich hin? Da muss ich hin. Guck mal schnell hier hinten. Guck mal, da liegt doch noch was für mich. Da liegt doch noch was. Neh mal mit. Eine schöne Comicseite. Schön versteckt. Guck mal, da liegt doch noch was für mich. Guck mal, da liegt doch noch was für mich. Oh. Oh. Einmal nach oben. Oder nach unten? Keine Ahnung. Einmal nach unten. Ja, die sind weg, Alter. Die habe ich, äh, die habe ich, äh, verpulverisiert. Verpulverisiert. Die habe ich pulverisiert. So, wie schaut's hier aus? Springen kann man auch. Das ist aber, die, das ist aber schon ein bisschen komisch, die Steuerung. Okay. Wo muss ich hin? Kannst du sagen, ob du willst, Alter. Das ist mir wurscht. Wo ist mein, wo ist meine Drohne? Drohne fliegt mal vor. Jo, wo muss ich denn hier hin, Alter? Das ist ja ein richtiges Labyrinth. Oh, Bruder. Lass ihn in die Falle laufen. So, da drüben war, glaube ich, auch noch einer. Ja. Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher, inwieweit. Mann, da willst du einmal stehle es da durch, Alter, und dann sowas. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Was haben sie gesagt? Die haben mich? Mich hat hier gar keiner. Guck mal, die sind dead, Alter. Die sind ja sowas von dead, Junge. Meine Drohne macht den Rest. Oh, du, 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 du. Huch. Muss immer wieder mal gucken, wo ich hin muss, ne? Ja, da ist ein Sniper. Das ist ein... Alter, der hat sich irgendwo hin katapultiert. Holt ihr den mal? Irgendwie? Wieso bin ich denn schon wieder halbtot, Alter? Das kann doch nicht wahr sein. Erholt der sich eigentlich auch mal? Ui, guck mal, hier kann man was machen. Ist das richtig? Finden sie transversteckt? Ja. Okay. Okay, ich muss da rüber, irgendwie. War ich jetzt da rüber, oder wie funktioniert die Geschichte hier? Bin mir nicht so sicher. Hol dir den mal da. Was? Ach, hier muss ich raus. Guck mal. Komm ran hier. Ich denke mal, da kommen gleich wieder welche. So. An den hier. Immer so Stück für Stück da rüber, ne? Alter, ich muss da rüber. Ach so, der dreht sich jetzt. Der dreht sich jetzt. Ja. Einmal komplett hier irgendwie. Und dann glaube ich, kann ich da hin. Hm. Das ist doch nicht richtig, oder? Ach so, ich kann mich da wieder rüber. Rüber dingsen. Warte mal. Ne, den hier brauche ich. Abbruch. Abbruch. Den, ich brauche den Enterhaken, glaube ich. Ich muss irgendwie. Ganz genau. So. So. Drohne. Aber lädt das Ding irgendwo auf? Den doch jetzt außer Reichweite, sagt er mir. Keine Ahnung. So. Da mal rein. Hier mal drücken. Hier mal drücken. Da mal was machen. Da mal drücken. Hier mal drücken. Und doch. Gibt es einen klaren Unterschied zwischen uns. Ich treffe Entscheidungen. Schnell raus, ne? Doch hier. Guck mal, da ist doch ein Gegner, oder? Geht da nicht einer? Guck mal, da ist doch ein Gegner. Guck mal. So. Und da ist noch einer. In Division würden die mich treffen. Ja? Da würden die mich gnadenlos wegholen. Drück mal den falschen Knopf, Alter. Weg. Weg da. Ich bin nicht sicher, ob ich hier richtig bin. da auf jeden Fall nicht lang. Irgendwie muss ich doch da rüber, oder? Oh, jetzt geht's. Jibbi. So, wir sind da. Dann mal wieder das andere Ding ausrüsten. Kann ich noch nicht nehmen. Wer war das? Achso. Ungültig, ungültig. Warum? Warte mal. Also, Treffen ist auch nicht meine Stärke hier. Okay, der ist hin. Noch mal einen Scannen. Großen und Ganzen. Noch mal einen Scannen. Da drüben ist noch einer. Junge, bis das Ding mal losgeflogen ist hier. So, den haben wir. Wenn wir jetzt mal den da... oi, 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 oi. Wo ist denn meine Drohne, Alter? Drohne, muss man mal was machen hier. Muss ich dir jedes Mal sagen, wo die hin soll? Also, eigentlich treffe ich schon, ne? Aber irgendwie auch dann wieder nicht. Okay. 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 Schnauze voll hier. So. Auf jeden Fall muss ich da drüben irgendwo hin. Okay. Einmal hier hoch. Dosier aufnehmen. Hä? 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 Ich bin doch hier richtig, ne? Ach so, ich muss das Ding jetzt scannen. Los. Scannen das Ding, Junge. Jetzt habe ich den immer noch nicht gefunden. Such weiter. Pulsar Ende. Mhm, mhm. Wo soll ich denn weitersuchen, Alter? Ach so. Katzen. Katzen, Katzen. Wenn Sie es gesehen hätten, das ist Leid. Genug. Sie hätten warten sollen. Wir warten. Schon seit 20 Jahren. Das ist lang genug. So, holen wir mal, Kollege. Machen mal den Ga aus. Welche würde sich diese Chance nie bieten? Was ich hier auf Helgan erwartet, ist mein Werk. Denken Sie daran. Ich hätte erst mal bis 10 zählen sollen. Dampelt der denn so rum? Sie sind immer noch viel zu wichtig für uns. Wenn die Zeit gekommen ist, Dass der sich da so viel Zeit lassen kann, ne? Welche Ehre. Wann wird sie bereit sein? Ich drück schon auf den Knopf, ne? Ich drück schon. Die Ehre. Ja, ist klar, Alter. Willst du mich treuen, oder was? Muss ich jetzt wieder irgendwie Knöpfe drücken? Alter, du hast aber schlechte Szene. Gehen wir zum Zahnarzt. Ich glaube, er ist hin. Ich glaube, er hat es nicht überlebt. Aber ich habe es überlebt. Machen Sie Ihr Land stolz. Ui! So. Ich habe keine Waffe mehr. Wo ist denn die Landezone? Da unten irgendwo. Ja, hier gehen wir natürlich lang. Ich habe keine Knarre mehr, ne? Also, wenn jetzt irgendwas passiert hier. Ähm. Dann passiert es einfach. Gehe ich da trotzdem lang? Hm. Ich muss da, glaube ich, trotzdem lang. Ich kann einfach hier lang. Das läuft. So. So. Junge, Junge, Junge. Das ist aber... Das ist aber schon abgefahren hier. Bin ich hier richtig? Nicht, dass... Was hat er gesagt? Das ist sofort stehen bleiben. Ich bleibe nicht stehen, Alter. Ich bin's wohl. Uh, Bruder. Äh. Junge. Der geht auch ganz langsam, ne? Wo muss ich hin? Ich sehe nix. Ich glaube, da hinten ist die Landezone. Was soll ich denn jetzt machen hier? Verdammt! Was heißt das? Wir lassen dich kein zweites Mal entkommen, Lukas. Achso. Ich werde dich nicht im Stich lassen. Verstehe. Ja, besser ist es. Man muss wissen, wann man verloren hat. Anderfalls kann es peinlich werden. Hä? Muss ich mich jetzt gefangen lassen nehmen? Nehmen lassen? Ich sehe nix. Sieht nur so aus. Hm. Er hat uns alles erzählt. So, geschafft. Kapitel abgeschlossen. Und weiter geht's. Mich lässt niemand im Stich hier. Freundchen. Pass mal auf, ey. Oh. Oh. Ja, moin. Was soll das denn? Willst du machen mit dem Blödsinn? Alter. Chill mal. Chill mal an deine Base. In Ruhe über ihr Verhalten nach. Ich hab mich richtig verhalten, Alter. Ich hoffe, sie helfen uns, wenn ich wiederkomme. Hm. Ui. Ui, 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 ui. Okay. Okay, okay. Okay. Ich hab mich schon wieder. Uns bleibt nicht viel Zeit. Ich werde ihnen nichts tun. Ja, besser ist es. Der Angriff auf Vecta hatte nichts mit uns zu tun. Ich will es beenden und keinen neuen Krieg. Mhm. Sagen Sie mir, mit wem arbeitet Tyron? Meine Fesseln. Keine Ahnung, Alter. Ich lege mich lieber nicht heraus. Wer ist es? Stahl. Johann Stahl. Johann Stahl. Er ist auf Helgern. Massa ist bei ihm. Also wenn der Johann Stahl heißt, hast du eigentlich schon gewonnen, würde ich mal sagen, ne? Da hast du schon gewonnen. Alle sterben. Ihr auch. Du hattest Befehle und ich erwarte, dass du sie befolzt. Ui, die Königin. Was Massa auf dem Schiff getan hat, war abscheulich. Sie verdient eine Strafe. Ich töte sie selbst, wenn es sein muss. Bitte erspar mir dein Gejammer. Du sprichst über Dinge, die du nicht verstehst. Was hat Stahl dir versprochen? Stahl? Er versprach uns eine Heimat. Das Überleben unseres Volkes. Wenigstens können wir aus einer Position der Stärke verhandeln. Was wir immer wollten. Wie es uns zusteht. Nein, so nicht. Hast du das Blut vergessen, das in meinen Adern fließt? Du zweifelst an mir. Man wird mich töten, egal gegen wen es geht. Schweig, Zuffach. Mutter, bitte. Ich nenn mich nicht so. Was? Was? Wahrscheinlich ist es nicht die Mutter. Ich will keine Forderungen. Es ist nicht die Mutter. Adoptiert. Mehr nicht. Wachen. Es nehmen. Ich lasse dich fortbringen. Fortbringen nach. Sicherheit. Warte. Ins Legoland, Alter. Oder bitte. Tu das nicht. Ah. Ah. Und was will die jetzt von mir, Alter? Ich hab nix. Ich hab nix. Oh. Kommt ja. Kommt ja. Und heute sind sie der Feind. Hä? Oh, es wird englisch auf einmal. Aber ich weiß. Warum hat die denn jetzt auf Englisch gesprochen? Lass den am Leben. Ach, der schon wieder, ey. Junge, hau mal ab mit dem Ding. Alter.